Ich bin Bak Bayram und arbeite bei Chefs Kulina. Ich bin gerne hier, auf jeden Fall. Ich habe meinen Beruf, meinen Job gefunden. Ich habe immer Spaß auf der Arbeit. Ich bin einer, der viel lacht. Der Beruf gefällt mir hier, der Job gefällt mir hier. Das ist mein zweites Verhause. Chefs Kulina ist schon bekannt und ist eine riesen Firma. Allein nur hier sind knapp 800 Personen. Das macht mich stolz. Das läuft hier super. Die Menschen, die Mitarbeiter. Man versteht sich hier eigentlich in der ganzen Firma mit allen. Mit Familie läuft das eigentlich super. Ich habe eine Frau und einen Sohn. Die sind zufrieden. Ich bin zufrieden. Freizeit ist da. Ich kann mit meiner Familie auch in den Urlaub fahren. Also mit dem Lohn hier bin ich sehr zufrieden. Also wir suchen immer wieder neue Mitarbeiter für das Team. Wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, dann schließen wir die gleich eigentlich direkt ins Team ein. Man sollte sich hier bewerben, weil Lohn stimmt. Die Arbeitszeiten stimmen. Freizeit stimmt. Hat man immer noch Zeit für die Familie. Es läuft eigentlich. Das Klima hier, also alle Mitarbeiter helfen dir super gut. Ich habe meinen Traumjob gefunden. Also ich könnte mir schon vorstellen, mein Leben lang hier zu bleiben. auch zurück. Achauen Sie Vielen Dank.